Hallihallo, meine Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Video, das im Zuge des May Midweek Madness Sales auf Steam produziert und veröffentlicht wird. Das Video kommt auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt hier auf meinem YouTube-Kanal, heißt also, wenn ihr es hier auf YouTube seht, es lief vorher schon bei Steam. Wir sind heute unterwegs im Intercity 921, der von Düsseldorf nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof fährt und beziehungsweise auch zum Airport. Dementsprechend, wir sind unterwegs in der Baureihe 103 auf der Strecke Koblenz-Mainz und fahren von Koblenz nach Mainz. Und passenderweise, das im Repaint von meinem guten Freund, dem Cat Gaming, gibt es im Creators Club hier in diesem Lufthansa Airport Express Design. Wirklich ein schön gemachtes Repaint mit all den Details, die man so haben möchte. Ich würde sagen, wir schnacken mal nicht lange, wir machen noch hier, ja, Screenshot nehmen wir gleich auf. Erstmal Fahrtrichtungswender nach vorne und die Türen aufgeben auf der linken Seite. Bremsschlüssel auf An, Führerbremsventil lösen wir, direkte Bremse wenden wir an, damit wir nicht wegrollen. Dann drehen wir uns einmal nach hinten und schalten einmal die Führerraumbeleuchtung an, wobei die brauchen wir vielleicht nicht. Die Instrumentenbeleuchtung machen wir an. Die Heizung brauchen wir nicht, soweit ist es warm genug. Signalleuchten sind auf angeschaltet. Dann können wir uns auch wieder setzen. Wir nehmen mal die Tastenkombination, um die PZB anzumachen. Ich habe jetzt keine Lust, nach hinten zu gehen. Lokführer-Pultbeleuchtung können wir gerne anmachen. Dann einmal die Haupt- und Instrumentenbeleuchtung an. Hier einmal den hoch und dann einmal die Instrumentenbeleuchtung erhöhen und die Anzeigenhelligkeit erhöhen. Die LED-Helligkeit bitte ebenso. Türen können wir jetzt auch schon wieder schließen. Ausnahmsweise übrigens heute mal dann keine Mods installiert. Ich zeige euch das Spiel, so wie es Vanille aussieht im Grunde genommen. Natürlich aber trotzdem mit Repaints, das ist gar kein Problem. Dann würde ich sagen, einmal die direkte Bremse lösen. Und wir fahren ab mit der legendären Baureihe 103. Wir können auch eigentlich die Sifa anschalten. Wir haben vorne dreimal Rot und hinten haben wir vorne dreimal Weiß, hinten zweimal Rot. So, Ausfahrt mit 60 ist uns erlaubt. Wir lösen uns einmal aus der Befreiung heraus. Und hier haben wir den Sander. Können wir natürlich auch benutzen, um gerade bei der Anfahrt ein bisschen mehr Traktion zu haben. Ansonsten können wir natürlich auch die ganzen anderen Schalter hier bedienen. Ja, der Leuchtmelder-Test klappt nicht. Ja, wir haben keine Zwischenhalte. Ne, doch haben wir. Was erzähle ich denn da? Hier in Bingerbrück halten wir. Einmal. Und das ist aber auch der einzige Zwischenhalt. Fahrzeit, wenn alles gut läuft, Pi mal Daumen. 56 Minuten. So, wir dürfen auch schon 140 fahren. Ja, schönes Repaint. Wer sich das auf YouTube anguckt, der Link zum Repaint ist in der Videobeschreibung. Bei Steam geht das leider nicht. So, dann einmal hoch mit der Geschwindigkeit hier. Aber hier nicht zu viel. Wir sollten natürlich aufpassen, dass wir nicht ins Schleudern geraten. So, ja, linker Reinstrecke. Herrlich, hier rumzufahren. Immer, hat immer was sehr Beruhigendes, finde ich. Gerade so früh morgen ist es gerade mal 4.30 Uhr in der Früh. Ein bisschen Privatverkehr ist schon unterwegs hier. Warum auch immer. So, und eigentlich darf man das, glaube ich, erst auf 140 kmh machen. Aber, man kann eigentlich auch hier mal, ich kann das nur, um das mal zu beweisen, die Trafo-Umschaltung anmachen. So, dass wir mal ein bisschen mehr Zugkraft zur Verfügung haben und so schneller auf die 140 kommen. So, auch wieder rausgenommen. 140 haben wir nämlich erreicht. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen die Fahrstufen aus. Sehr schön hier mit den Oberleitungen. Beziehungsweise mit der Oberleitung. Ja, wie gesagt, ne, also normalerweise fahre ich ja mit Mods. Heute ausnahmsweise dann ohne. Bei Lianu. Der Zug wird auch mitgeliefert. Die Baurei 110 mit N-Wagen und dem Karlsruher Kopf. Leider, leider nicht der Wittenberger. Das wäre natürlich, das wäre natürlich toll, der Wittenberger. Was ich heute mal gemacht habe und ich überlege, ob ich das nicht in Zukunft so beibehalten soll. Ich bin ein bisschen mit der Auflösung runtergegangen. Ihr seht das Video jetzt in Full HD und nicht mehr in 1440p. Dafür bin ich mit den Einstellungen und TSW ein bisschen hochgegangen. Er hat ja ein bisschen Kapazitäten praktisch frei gemacht. Und wir haben jetzt einfach deutlich mehr FPS. Ich glaube ehrlicherweise, dass ich es so beibehalten möchte. Das bedeutet zwar, dass in Zukunft die Videos etwas, ja, eine geringere Auflösung haben. Wir haben halt eben in einem Fußzeichen nur Full HD, was sehr schade ist. Aber, ja, doch ein flüssigeres Bild zu haben, ist eigentlich nicht so schlecht, ne. Und hier so ein bisschen mit den Einstellungen dann hochgehen zu können. Ich glaube, das ist angenehmer als Ruckeln. Dann habe ich lieber ein etwas flüssigeres Bild. Ich glaube, das ist besser, oder? Aber da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wer es sich auf YouTube anguckt, ja. Unser nächster Haltbinger Brücke ist auch in 40 Kilometern. Und so weit weg ist es dann auch nicht mehr von Mainz. Das heißt also, wir fahren jetzt praktisch in einem durch. Fast in einem durch. Ach, schön hier am Rhein. Hier einer der Burgen. Herrlich. So, ich trinke mal einen Schluck hier. Ja, stay hydrated und so. Ich kann es einmal ganz kurz zeigen. Also FPS-technisch sind wir gerade bei so, ja, 41, 42, 44. Also im Durchschnitt wirklich so im mittleren 40er Bereich, was eigentlich eine ganz gute Leistung ist. Weil ansonsten mit, ähm, in der höheren Auflösung sind wir maximal bei so 35. Und das, ich finde der Unterschied ist schon spürbar. Ähm, ich kann mal ganz kurz hier meine Einstellung auch zeigen. Ähm, mit denen ich hier fahre, ne. Da könnt ihr es euch einmal hier angucken. Ähm. Ähm, ähnlicherweise könnten wir sogar vielleicht den, die Qualität des Post-Process auf hoch machen. Und gucken, wie sich das verhält. Ob das signifikant auf die FPS einsteckt oder nicht. Ich glaube nicht. Na, wir sind immer noch so bei gut 44. Ah, 45 so. Also ich glaube, ich glaube, das sind Einstellungen, die behalte ich so in Zukunft bei. Ah, apropos, ähm, beibehalten. Was wir nicht beibehalten sollten, ist die Geschwindigkeit, die wir gerade fahren. Die ist nämlich ein wenig zu hoch. Warten wir, bis die Leistung runtergeschaltet ist. Und bremsen mal kurz rein. So, einmal wirklich kurz rein gebremst. Denn wir haben hier die hohe Abbremsung aktiviert. Das bedeutet also, dass im Grunde schon sehr schnell eine sehr, sehr hohe, äh, Bremskraft erzeugt wird. Und das ist, äh, ja, das kann schnell dazu führen, dass der Zug schneller zum Halten kommt, als man, als es einem vielleicht lieb ist. Ähm, hier eine meiner Lieblingsstellen auf der Strecke. Wir können mal die Kamera ein bisschen versuchen, irgendwo hin zu positionieren. Leider ist die Kamera, glaube ich, maximal 160 kmh schnell. Heißt also, wir müssen ein bisschen nach vorne fliegen. Und ich würde sagen, wir stellen uns mal hier hin. Und schauen mal dem Zug bei der Vorbeifahrt zu. Herrlich, wie sich der Zug da entlang schlängelt, ne? Au, wir sind, äh, zu schnell. Einmal hier schön die dynamische Bremse rein. Wir dürfen nämlich maximal 110 kmh fahren, glaube ich. Das ist so, ne, das ist halt, das passiert halt, wenn man zu viel in der Außenkamera unterwegs ist. Aber, also, das ist schon sehr schön, ne? So, das ist immer noch ein bisschen zu schnell. Ja, für die, die mich nicht kennen, die sich das auf Steam angucken, ich bin übrigens der Train Simplay. Unter dem Namen findet ihr mich auf YouTube. Und da findet ihr auch recht viele TSW-Videos, Train Simulator und was es sonst noch so mit und von Zügen gibt. So, ein paar Fotos, das muss, so viel muss sein. Schauen, dass wir die Bremsen alle gelöst haben und fahren hier vorbei am Bahnhof. Am Bahnhof von Bobhardt. So, wir dürfen schneller fahren. Dann schauen wir auch mal, dass wir auf Geschwindigkeit kommen, hier auf 120. Ja, nach wie vor einer meiner Lieblingsstrecken, wobei vielleicht sogar die Lieblingsstrecke, meine Lieblingsstrecke im TSW. Okay, trotz der aktuell noch vorhandenen Bugs auf der Strecke. Und dann sehen wir auch gleich so die schlimmsten, da fahren wir gleich dran vorbei. Leider noch nicht gefixt, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber dennoch irgendwie, ja, einfach schön hier lang zu fahren. So ein bisschen der Nebel, der sich da aufs Wasser gelegt hat. Die Burgen, da links haben wir schon wieder zwei Türmchen, an denen wir vorbeifahren. Die Weinberge. Definitiv einer der ansehnlichsten Strecke, Zugstrecken, die Deutschland zu bieten hat. Die einzige Strecke, die vielleicht wirklich noch einen Ticken schöner ist, aber ähnlich so von der Thematik her, das ist dann wohl die Moselstrecke zwischen Koblenz und Trier. Ja, beziehungsweise Koblenz, Trier und dann noch weiter hoch in Richtung Luxemburg. Ja, 130. Ja. Ich glaube, wir werden PZB-mäßig heute nicht viel Action erwarten. Ich denke mal, das wird eher so eine grüne Welle sein. Auf die es hinauslaufen wird, hoffen wir es zumindest mal. Denn ansonsten wird es schwierig, den Fahrplan einzuhalten. Denn weniger als eine Stunde plus Zwischenhalt ist schon sportlich. So, das war die Ankündigung auf 100 kmh. Ich würde sagen, wir gehen mal mit der E-Bremse rein. Und gucken, dass wir das da mit hinbekommen. In der Hoffnung, dass keine Geschwindigkeitsbriefabschnitte verbaut sind. Wobei ich ehrlich gesagt nicht immer weiß, ob 1997 Geschwindigkeitsbriefabschnitte, ob sowas existierte. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Als ob hier gelten die 100, wir sind auch einen Ticken zu schnell. So, jetzt passt es allerdings. Mit Punkt und Komma kann man die dynamische Bremse einzeln bedienen. Einmal hier straight durch diese kleinen Ortschaften durch. Hier einmal hindurch. Durch Bobhardt hier zu Nacht. Hier kann man leben, oder? So, Ankündigung. Ne, also wir dürfen 110 fahren. Dann machen wir das auch mal. Auch hier eine meiner wirklich gestalterlichen Lieblingsstellen mit diesen Felsen, an denen wir hier vorbeifahren. Mit einer Pferd in der Mitte, so nennt man die. Habe ich mir sagen lassen. So, 110. Ah, seht ihr, das ist einer der Bugs, die definitiv gefixt werden müssen. Dieser offene Bahnübergang, das halte ich für sehr gefährlich. Für sehr, sehr gefährlich. Grüße gehen raus an, oh, das finde ich schön hier. Seht ihr das? Aber warum dreht sich das denn die ganze Zeit? Man kann auch hier das Fenster natürlich öffnen. Auf der anderen Seite ebenso. Das wirkt allerdings vom Öffnungsmechanismus auf mich so, dass wenn man das bei höheren Geschwindigkeiten macht, also so bei um die 200 kmh, dass einem das Fenster praktisch so einmal ins Gesicht hineinfliegt, oder? Ja, hier auch sehr schön, ne? Mit der Burg, hier so ne Yacht, so ein kleines Segelboot, der Privatverkehr, die Züge. Also einmal praktisch alles hier kombiniert. Und natürlich ist hier bestimmt irgendwann mal noch so ein Fahrradweg oder sowas. Ja, hier ist so ein Fußgängerweg oder Fahrradweg. So, die Ankündigung hier auf 80. Ja, wir haben eine Ankündigung auf 90. Das bestätigen wir. Und gehen einmal in die Bremsstellung. Gehen einmal mit der E-Bremse rein. So. Haben wir jetzt die 90 erreicht. Ich denke mal, wir müssen hauptsächlich mit der Geschwindigkeit runter, weil wir hier durch diese Ortschaft hindurch fahren. Wobei, es könnte auch hier einfach der Gleisbogen sein, der wirklich nicht mehr zulässt als 90. Aber, ja, das kann sehr gut sein. Ist ja schon eher eng. Und einmal durchs Tunnel. Und einmal durchs Tunnel. Und hier, das müsste der Loreley-Felsen sein. Und da werden wir jetzt leider auf den etwas nächsten, auf den nächsten etwas größeren Bug treffen, der doch sehr störend ist. Der definitiv gefixt werden muss. Und da bin ich mir auch sicher, gefixten wird. Nämlich da vorne fehlt die Wassertextur. Das sollte eigentlich nicht sein. Also, wenn es eine Sache gibt, die für die Rheinstrecke wichtig ist, dann ist es ja wohl der Rhein, oder? Und hier fehlt einfach der Rhein. Der fehlt hier einfach. Der endet hier. Oder man hat sich dafür entschieden, mittlerweile hier draußen Parklöse zu machen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls macht das so ein bisschen leider den Anblick des Loreley-Felsen ein bisschen kaputt. Ich kann auch hier die Führerstandsbeleuchtung übrigens anmachen. Sieht auch ganz schübsch aus. Und einmal wieder hier durch dieses wunderschöne Tunnelportal hindurch. Hier übrigens Licht an, Führerstandslicht an, Führerstandslicht aus. Ich finde es ehrlich gesagt mit Führerstandslicht an schöner. So, ab hier dürfen wir 100 fahren. Aber natürlich erst, wenn der komplette Zug an der Tafel vorbei ist. Vorher nüscht. Heißt also ab. Jetzt dürfen wir Leistung aufschalten und schneller werden. Okay, wir hatten eh schon vorher Leistung aufschalten können. Und das finde ich immer ganz hübsch, ne? So, diese Trauben, die hier noch wachsen. Sind zwar in Anführungszeichen nur Fototexturen, aber ich finde es trotzdem mega. Also wenn man die Strecke vergleicht mit der Train Simulator Version, dann merkt man schon, das ist also vom Strecke noch deutlich besser als im Train Simulator. Da ist ja sowieso, im Train Simulator war ja einiges verkehrter an der Strecke. Vor allen Dingen die Signalisierung. Und das ist jetzt hier auf der Strecke meines Erachtens um einiges besser geworden. Es scheint wohl auch nicht perfekt zu sein. Es scheint wohl noch ab und an kleinere Fehler zu geben. Hallo 155. Aber nichts, was auch nur ansatzweise so schlimm wäre wie da am Train Simulator. So, hier an diesem wundervollen Turm vorbei. Auch eine sehr berühmte Fotostelle. Hier mit praktisch dem Turm. Und dem Rhein und den Zügen. Und da hinten eine Burg. Hammer wäre natürlich, wenn wir irgendwann mal doch so eine Karte bekommen, die halt nicht nur die Stationsnamen hätte, sondern auch noch so nebenbei die Sightseeing-mäßig wichtigen Punkte auch noch verzeichnet hätte. Und dann, dass wir dann wüssten, wie heißt diese Burg hier vorne. Klar könnte ich das jetzt einfach googeln. Ich habe aber keine Lust jetzt nebenbei am Handy zu sein. Ist ja auch gefährlich. Hier in, wo sind wir gerade? Oberwiesel. So, wir können mal wieder die Trafo-Umschaltung anmachen. Um mal ein bisschen hier mal auf Geschwindigkeit zu kommen. Hier, ihr seht ihr es. Au, mit 250 Kilo Newton. Heftig. Ich glaube, dafür haben wir sogar zu viel Leistung aufgeschaltet. Zu viel. Das wirkt auf mich eher so, als seien wir im Schleudern. Und wir dürfen 140 fahren. So, einmal Trafo-Umschaltung raus. Na, Leistung können wir nur noch aufschalten. 140 haben wir nämlich noch nicht erreicht. Bingerbrück ist in 16 Kilometern allerdings erreicht. Also auch nicht mehr so viel. Ui. Ups. Ja, schauen wir mal, dass wir so mit 2, 3 Bar bremsen. Ja, 3 Bar. Schon fast zu stark reingebremst. Und das dauert jetzt ein ganzes Stück, bis die Bremse sich löst. Und wir müssen wieder Leistung aufschalten können. Aber das passt ganz gut. Wir fahren 117. Herrlich. N-Wagen. Intercity-Wagen. 103, 110, 155. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. 120 sind es freigegeben. Signal zeigt Fahrt. Nettes Detail übrigens, dass darauf geachtet wurde, hier so alte Auto-Modelle zu benutzen. Und keine modernen. Hier noch so ein Wohnwagen, so ein Anhänger. Also, bei einem Fahrt PRO-Modelle zu benutzen ist, ganz gut. Jetzt müssen den dieser Anschluss kommen. Größe Sieben, wo es wirklich nicht zu tun wurde. Hier gibt es我就 eine Annette. Auch hier gibt es einen Menschen, ich weiß, weil hel east chasing. So, 130 sind aktuell freigegeben, die haben wir auch jetzt erreicht. Also ein bisschen zurück mit der Leistung, dass wir nicht zu schnell werden. Das sind wir aktuell sogar schon, es geht auch bergab, also nehmen wir die Leistung mal komplett raus und lassen lieber rollen. Ankündigung auf 120, so, das war die Sifa, die sich zwischendurch gemeldet hat, ich nehme die E-Bremse und bremse mal runter. So, das passt soweit, 120 sind beinahe erreicht. Nehmen wir nochmal ein bisschen die E-Bremse rein. So, das passt ganz gut. Auch hier einer meiner Lieblingsstellen. Ach, herrlich. Es gibt ja Leute, die behaupten, nur Fliegen ist schöner, aber ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass Fliegen schöner ist. Ich fahre lieber Zug. Sollen die anderen Leute fliegen? Ich bleib bei meinen Zügen. Gut, mit dem Zug nach Südafrika wird jetzt schwierig. So. Ja, gebe ich zu. Oder in die USA oder so, klappt auch nur schlecht. Aber innerhalb Europas kommt man eigentlich schon ganz gut voran. Ne, ich bin selbst auch schon mal meine längste Zugfahrt bzw. meine längste Zugreise. Es war jetzt nicht eine einzige Fahrt, sondern es waren eigentlich zwei Fahrten. Das waren fast 1500 Kilometer. Und das hat gut geklappt. Hat unter anderem einen Nachtzug auch mit involviert. Und das war ein tolles Erlebnis. Hätte ich auch sehr gerne im TSW, ne? So Nachtzüge. Ja, 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 ja. Das wäre schon cool. So ein Nightjet. Hätte ich gerne einen modernen Nightjet, so wie die heute rumfahren. Wobei meinetwegen auch gerne irgendwie was historisches an Rollmaterial. Ist ja auch noch genug davon übrigens unterwegs in Osteuropa und Co. Da ist einiges an deutschem Nachtzugmaterial noch unterwegs von den 80ern und 90ern. Und dem besten von heute. So, ab hier dürfen wir 130 fahren. Ich schalte schon mal die Leistung auf. Bingerbrück sind fünf Kilometer. Nur noch. Ist nur noch fünf Kilometer entfernt. Müssen wir mal im Blick behalten. Wir haben jetzt Kilometer 146,8. Und die Kilometrierung ist aufsteigend. Das heißt also bei Kilometer 151,4, Pi mal Daumen. Müsste, glaube ich, Bingerbrück sein. Das heißt also bei Kilometer 150 sollten wir ungefähr, ja, anfangen zu bremsen. Vorher können wir nochmal ordentlich hochgehen mit der Geschwindigkeit. Wir dürfen nämlich 130 fahren. Dann machen wir das auch. Wir wollen nämlich nicht trödeln. Wir müssen in, uiuiuiui, in 4,5 Minuten da sein. Gucken wir mal, dass wir das auch schaffen. Daher jetzt auf jeden Fall nochmal die Maximalgeschwindigkeit ausfahren. Ich hoffe nicht, dass wir von der PZB oder sowas runtergebremst werden. So Kilometer 148,8. Es wird langsam spannend. 149. Und eine Geschwindigkeitsankündigung von 120. Ich würde sagen, wir lassen ein bisschen ausrollen. Okay, nee, wir müssen auf jeden Fall mit der E-Bremse mal rein. Sonst sind wir zu schnell. So, ab hier gelten die 120. Also jetzt mal ordentlich rein mit der E-Bremse und wieder auslösen. Die Leistung können wir abgeschaltet lassen. 1,4 Kilometer noch. Ich bin ein bisschen eingeblumpt. Oh, wir haben eine Geschwindigkeitsankündigung. Beziehungsweise Einhalts zu erwarten. So, Bingerbrück. Oh je, der 500-Hertz-Magnet. Ganz vergessen, dass der auch noch existiert. Ach, hier vorne ist das Signal. Uiuiuiui. Nein. Halt an. Halt an. Halt an. Ach Gott. Uiuiuiui. Ach Gott. Ja, das sollte man normalerweise nicht machen. Das war jetzt eine, ähm, eine Schnellbremsung. So. So. Halten wir mal die Bremse bei 2 Bar. Okay, wir sollen 2 Minuten warten. Das heißt also, wir können uns hier einmal ein bisschen umsehen. Hier ist was an Rollenmaterial aufgestellt auf jeden Fall. Hier diese Teleskopraumwagen sind das glaube ich, ne? Und hier haben wir die TADGS Wagen. Und hier sind wir. Stehen hier gerade in Bingen am Rhein. Ähm, ganz berühmt hier in Bingen selbstverständlich. Äh, der Bingen am Mäuseturm. Hier vorne haben zeitweise Schiffe mal Zoll ent, äh, entrichten müssen. Hier noch eine Burg. Also, das war schon sehr schön. So, wir schauen mal aus dem Fenster. Okay, wir können den Bahnsteig eh nicht immer blicken. Dann schließen wir mal die Türen. Warum ist die Tür eigentlich nicht offen? Die Türen sind aber offen. So. Können wir schon mal die Bremsen lösen. Also, das war wirklich... Das war Leben am Limit, oder? Mit dem Signal gerade. So. Ich würde sagen, wir fahren schon mal ab. Die Türen sind ja eh zu. Das wird wohl schon keinen stören. So, PZB ist im Wechselblinken. Das heißt also, wir fahren jetzt mal nicht schneller als 40. Aber hey, wir waren pünktlich. Wir waren pünktlich. So, Mainz, das ist dann nur noch eine Distanz von 27 Kilometern, die wir vor uns haben. Hier auch eine schöne Stelle übrigens auf der Strecke. Diese kombinierte Zug- und Autobrücke und Fußgängerbrücke. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Fluss das ist. Aber er scheint auf jeden Fall in den Rhein hinein zu fließen. So, PZB hat sich beruhigt. Das heißt, wir dürfen 90 fahren. Übrigens auch die Wagen, der zweite Klasse Großraumwagen. Und wie hier. Und weiter hinten dran haben wir noch die erste Klasse Wagen. Wo sind sie? Da. Erste Klasse. Ne, das ist auch zweite Klasse. Das ist die erste Klasse. Die erste Klasse Abteilwagen. Ach, liebe ich. So toll. So gemütlich. Dann hören wir auf zu trödeln. Und ich versuche mal nicht zu viel auf einmal aufzuschalten. Wir dürfen nämlich 160 fahren. Einer der wenigen Stellen auf der Strecke, wo wir wirklich mal auf Höchstgeschwindigkeit fahren dürfen. Und dann auf Höchstgeschwindigkeit natürlich in der PZB mit oder unter LZB schafft dieser Zugverband auch 200 kmh. Das ist doch so eine tolle Perspektive. Das ist genau die, die man hat, wenn man in einem Zug sitzt, wo man das Fenster runter machen kann. Vielleicht in so einem alten N-Wagen-Zug oder als Ersatzzug. Da kann man das Fenster runter machen und dann hat man genau die Perspektive. Und dann sieht man, wie der Wagen vor einen sich schon mal so in die Kurve legt. So ein bisschen wackelt. Und man selbst spürt den Wind. Das ist richtig laut. Man fühlt so eine gewisse Freiheit, oder? Ich finde, hier kommt so ein totales Freiheitsgefühl hervor. Aus genau dieser Perspektive, oder? Ich glaube, das kennt auch jeder von uns. So. Was wir jetzt mal machen können. Wir fahren 140. Trafo-Umschaltung rein. Damit wir mal auf die 160 kommen. Wir wollen ja nicht strödeln. Mit etwas Glück kommt uns noch in 628ern entgegen. Das war natürlich mega. Ja. 160 sind erreicht. Trafo-Umschaltung raus. Ja. Sie fahren. Ja. 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 Sie fahren. Ja. 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 So, das ist die Ankündigung auf ... 150. Wir lassen ausrollen. Die haben wir nämlich eh fast erreicht. Wir müssen nun die Leistung aufschalten, dass wir nicht zu langsam werden. So. Oke. Ich kippe Edmund, das macht nützlich. Ach herrlich, auch mal eine Sekunde, einfach mal gar nichts sagen und einfach nur die Bilder genießen. Oh, wir dürfen schon wieder 160 fahren, dann einmal zack, rein mit der Libertrafo-Umschaltung. Vielleicht nehmen wir ein bisschen kurz die Leistung wieder runter, dass wir nicht so viel auf einmal ausschalten. So, wo ist der Fahrmotorlüfter hin? Der Fahrmotorlüfter ist weg. So, 16 Kilometer noch, wir sind praktisch auf dem Endspurt. So, angenehm auf 150, das heißt, wir lassen wieder ausrollen, wobei ich glaube, wir müssen die E-Bremse ein bisschen reinnehmen, bzw. die dynamische Bremse. Ich sage dazu E-Bremse, aber ich glaube, der richtige Begriff wäre schon dynamische Bremse. So, 150 haben wir jetzt auf dem Tacho. Und sind gleich in Mainz. Scheint auf jeden Fall eine pünktliche Fahrt bisher zu sein. Jetzt habe ich es allerdings gejinxt, so ein bisschen. Hoffen wir mal, dass das jetzt nichts Schlechtes bedeutet, dass ich das jetzt gesagt habe laut. Aber das glaube ich nicht. So, ein bisschen mehr Geschwindigkeit hätte ich schon gerne. So, ich habe jetzt noch mal da. So, wir schauen. Und wieder hoch auf 160 m. Wir haben keine Zwischenhalte mehr, der einzige, den wir hatten mit unserem Intercity 921, das war hier in Wengerbrück. Und jetzt ist es noch weniger als 10 km, da war die 628 vom DLC Niddertal Bahn, von dem Entwicklerstudio TSG. Das sind die mitunter eigentlich beste Strecke, die wir so haben im TSW, was Ausgestaltung der Strecke angeht, Signalisierung, Szenerie, eigentlich unter jedem Gesichtspunkt die beste Strecke. Nur nicht, wenn man rein quantitativ die Gleiskilometer sich anguckt, dann definitiv halt nicht. Aber wer sich nur Gleiskilometer anguckt und alles andere ignoriert, der hat glaube ich nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Weil man kann ja auch einfach, keine Ahnung, eine 500 km Strecke durch die Wüste führen lassen. Ist halt auch irgendwie bestimmt innerhalb von einer Woche fertig gebaut. hier ein paar Signale drauf und fertig ist, aber dann kann man halt auch 4 Stunden am Stück fahren. Aber ob das so interessant ist, ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, was hier gerade mit der Belichtung ein bisschen los ist. Hat gerade kurz geflackert. Die Wolken haben geflackert. Waren wir hier durch die Ortschaft durch. Wird ein bisschen zu langsam. So, von Mainz ist jetzt wirklich nicht mehr weit weg. Zum Grunde genommen schon fast in Sichtweite. Hier in der Gegend beginnen sicherlich schon so die Ausläufer von Mainz. Die Strecke ist übrigens einer der wichtigsten internationalen europaweiten Korridore für den Güterverkehr. Die Linke, ja wobei glaube ich eher noch die Rechte als die Linke reinstecke. Die Rechte reinstecke sowieso. So, ich nehme schon mal die Leistung raus. Und gleich kommt eine Ankündigung auf 100 kmh. Da ist sie auch schon. Und wir unterstützen mal mit der Zugbremse. Wir müssen aber auch daran denken, dass die hohe Abbremsung aktiv ist. Das heißt also, dass wir nicht zu viel Bremskraft auf einmal aufschalten. Ach, das war jetzt ein bisschen aber auch zu wenig, weil wir immer noch zu schnell sind. Jetzt passt es aber und die E-Bremse können wir auch lösen. So, Leistung müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr wirklich aufschalten. Wir haben nämlich auch noch so 3 Minuten für 2,4 km. Ich schalte noch mal ein bisschen Leistung auf. Wir dürfen ja ein bisschen schneller fahren. Dann machen wir das auch. So, das ist das Gleisvorfeld, bzw. die Absteiggleise hier von Mainz. Da kommt noch nur 103 entgegen. Das ist eine Ankündigung auf 80 kmh. Die bestätigen wir natürlich. Wir fahren aber auch schon 80 kmh. Also passt, schau. Und da ist hier noch einiges an Rollmaterial abgestellt. Sehr schön. Und das bestätigen wir natürlich auch halt zu erwarten. Ja, 1000 Hz Magnet ist an. Wir schauen, dass wir mit 60 kmh am Bahnsteigsanfang sind. Das sind... So... Gucken, dass wir diesmal vielleicht nicht... beim letzten Mal, wie beim letzten halt, eine Vollbremsung hinlegen. Deshalb bremsen wir schon mal ein bisschen stärker. Jawoll! Und halten an. Nein, nicht aufstehen. So, Türen auf. Und von Mainz Hauptbahnhof bedanke ich mich für das Zuschauen und verabschiede mich gleichzeitig auch hier von der linken Reinstrecke. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Hier mit der 103 in diesem wundervollen Lufthansa Airport Express Gewand. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe oder euch bei mir auf meinem YouTube-Kanal wiedersehe. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.